was stellt ihr fest oder was seht ihr wenn ich euch das zeige was schweden schweden ja ein kreuz kreuz wollen wir mal vergleichen zu deutschland ist schweiz grösser oder kleiner als deutschland grösser und herzlich willkommen zu einem neuen video auf luci tv schön dass du wieder mit dabei bist wir sind wieder mal zurück zu einer strassenumfrage und ich befinde mich da gerade in hannover es ist mittlerweile tatsächlich schon ein jahr her wo die aufnahmen entstanden sind mit den katastrophalen antworten was sagst du zur einwohnerzahl der schweiz ich würde sagen mehr als deutschland also über 80.000 und ich habe gedacht ich gebe jetzt hannover eine zweite chance mal schauen ob sie mittlerweile die schweiz vielleicht schon ein bisschen besser kennen und ich glaube wir starten mal mit ein bisschen einfachen fragen viel spaß dabei was stellt ihr fest oder was seht ihr wenn ich euch das zeigen was schweden schweden mit der schweiz 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 genau und schweiz und das thema geht es jetzt auch okay das war ich mal in der schweiz aber ihr würdet mal gerne oder nein nein ist zu weit ist zu weit im süden also es ist schon südlich von deutschland doch ja genau rosa also dem robinson robinson rosa genau du warst auch schon mal nein aber du willst mal oder bestimmt bestimmt so ein bisschen ans meer oder schweiz ist ja auch südlich wie du weißt ist auch schön warm da unten das hast du recht absolut recht ja genau was gefällt ja eine schweiz die lockerheit und die lagen das gefällt mir schon mal sehr gut die hauptstadt der schweiz maschine perfekt wien wien es wäre bern bern gewesen das wunder von bern was kannst du was dazu sagen zum wunder von bern was ist da passiert das ist der junge der fußball spielt und der ziemlich einsam ist und keine freunde hat deutschland wurde fußballweltmeister in bern genau drei länder die an die schweiz grenzen deutschland frankreich und österreich sehr gut kannst du noch eins sagen italien ja perfekt italien deutschland deutschland österreich italien ja deutschland österreich ungarn italien auf jeden fall und frankreich also es liegt südlich von deutschland ja deutschland wie viele sprachen haben wir in der schweiz 3 ja genau sehr gut es gibt sogar noch eine vierte rett romansch aber diesen bisschen ausgestorben das war schon mal sehr sehr gut 22 weißt welcher deutsch und ich weiß nicht warum ich auf französisch ich schätze mal drei ich glaube deutsch italien sprechen die auch und französisch vielleicht ist nicht ganz einfach ja italienisch glaube ich ja wollen wir mal vergleichen zu deutschland ist schweiz größer oder kleiner als deutschland größer und deutschland hat wie viele einwohner das passiert ist ja genau genau und schweiz ist größer als deutschland das heißt etwa wie viel 90 warum fragst du mich ich bin 50.000 also 50.000 also 50.000 keine ahnung also so etwa groß wie linden meinst du 50.000 also sechs millionen sechs millionen ich sag mal acht million mega acht millionen maschine volltreffer 18 millionen ist weniger 15 3,5 millionen würde ich sagen 3,5 millionen du sagst 40 ja lieber doch 10 das war gut acht millionen ist schweiz größer oder kleiner als deutschland kleiner wie viel ein monat deutschland soll die 500.000 hannover werfen von der tausend gewesen die währung der schweiz kronen und kronen ist ein bisschen mehr in norden schweiz schweden schweizer franken schweizer franken perfekt franken ich komme nämlich aus franken als du kommst aus franken ja bayern sehr gut das waren alle fragen gewesen vielen dank fürs mitmachen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen abend dankeschön ja das war's wieder mal gewesen mit einer strassenumfrage was weiß hannover teil 2 über die schweiz ich habe es ganz ein bisschen einfacher gemacht als letztes mal aber viel besser ist ja nicht wirklich wort also die nächste enttäuschung aus hannover sorry wenn ich das so sagen wobei 1,2 sind ja nicht schlecht ich freue mich wenn ihr in der nächsten samstag wieder mit dabei seid jetzt wieder ein bisschen regelmässig videos also es lohnt sich auf 4v vorbei zu schauen und den kanal abonnieren wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann schreibt jetzt noch in die kommentare in welche stadt ich als nächstes sollte ich freue mich darauf bis zum nächsten mal tschüss zusammen